Achso, was ich vergessen habe, ein paar waren letztes Mal da und ich habe mir irgendwie überlegt, konnte zwar nichts dafür, aber ich habe ein bisschen was mitgebracht, das ist nichts ganz besonderes, aber ich habe irgendwie eine Liste, weil die haben, also die fast alle, die dann spät noch da waren, haben irgendwie ihren Namen ausgeführt und denen würde ich auch geben, mehr habe ich leider nicht vorbei, also ich mache jetzt ein paar Autogramme, ein paar Fotos, Fragen kann ich auch gerne beantworten und ja, gebt halt die Leute, die ihren Namen da auch geschrieben habe, auch einen kurzen Lehrplan geschehen. Danke schön.